Herzlich willkommen meine lieben Freunde. Hier ein kleines Infovideo. Heute um 16 Uhr mache ich einen zweistündigen Stream bis 18 Uhr. Primär wird es darum gehen Linien und Züge fahren zu lassen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet heute um 16 Uhr. Bis dahin meine Freunde, ich hoffe ihr seid zahlreich da. Haut rein. Ciao.